yodo games präsentiert ein richtig nices spiel auf das ihr euch gar nicht erträumen kann mit der nipster wahl cross the world cross the world ja also seid gerüßt meine lieben zwerge gnome hobbits und eckige hühner zu einem neuen letztest würde ich mal sagen zu einer neuen app zu einer neuen spiel im test mit den zwergenhuhn ich muss hier einfach nur tippen wie ihr schon seht und das ist meine ganze aufgabe in diesem spiel ja und den fahrzeugen und hindernissen auszuweichen das ist auch eine meiner aufgaben hier scheinbar gelingt mir das sogar schon ganz gut was vielleicht daran liegen mag das gerade vom zug überfahren wurde oh gibt es gleich ein geschenk 110 oh preis gewinnen hier kann ich preis gewinnen ok dann kaufen wir uns doch mal einen preis und was ist es ein karneval ok offensichtlich habe ich gerade ein karneval bekommen spielen wir doch einfach mal das karneval das ist aber sehr bunt etwas zu bunt für meinen geschmack ich kann hier auch zur Seite hüpfen und gegen einen rektal hüpfen das geht natürlich auch und ich bin in der okidoki ich tausche mal zu dem brasilianischen Huhn und wir das auch mal gespielt haben okokok das ist aber nicht brasilianisch Ich komme darin einigermaßen gut zurecht, weil ich das früher mal gespielt habe. Ich habe das auf meinem alten Handy zu Beginn ganz gerne gespielt. Als Handy deshalb, für die die es noch nicht erfahren haben, komisch wenn man es noch nicht erfahren hat. Ich habe es schließlich auf meinem Kanal so getan und auf Twitter gepostet und auf Facebook veröffentlicht. Mein Handy wurde gestohlen geraubt und ich ertrinken gleich mal zum Schluss. Ich muss glaube ich nicht noch mal entschließen, dieses Thema. Wieder ein neuer Charakter. So, ein neues Geschenk. Bing! 120! Da kann ich jetzt zweimal etwas gewinnen. Und zack! Ein Hörnchen! Dann spielen wir doch das mal das Hörnchen. Ich dachte ja das ist ein Eichhörnchen, aber man kann sich auch hören. Wie schon erwähnt habe ich das mal... Oh ne Eiche! Habe ich das schon mal gespielt. Also ich habe sogar schon Rekorder früher damit aufgestellt. Aber früher heißt halt vor anderthalb Jahren und ist halt schon anderthalb Jahre her. Ach was! Oh da ist mein Rekord. Und ich habe ihn gebrochen. Den Rekord. Trägt er jetzt die Eiche mit sich rum. Auf dem Kopf. Seht ihr das? Der hat doch was auf dem Kopf. Oh oh, oh oh, oh oh, da sind die Hörnchen weg. Und was kann ich hier machen? Oh, hier kann ich es teilen. 1.70, neuer Rekord. Let's treat this. Okidoki. Noch einen Preis gewinnen. Und da gewinnt man aber ziemlich oft Preise. Sack! Zauberer! Bist du ein Zauberer? Ja, ich bin ein Zauberer. Und ich denke genauso eighthrainer hat irgendwie die booste der Ostbau vorliegen. P regarder bei uns. Schaut schnell zurück! Ich könnte Ich weiß, die Zauberer wollen eigentlich schwimmen. Weil sie einen schwimmbrauch machen noise oder einfach schwimm zu lernen haben. Aber nein ich werde sie jetzt nicht bewerten. gut aber hab ich gesagt einfach von der polizei überfahren was zum polizei überfahren so ein misst ja moin leute herzlich willkommen zu einer neuen folge von minecraft mark und heute sind wir nicht allein mit dem pappen so wie ihr gerade gesehen habt kann man mit werbung hier geld verdienen ich habe mir gerade ein bisschen mehr werbung angeguckt und konnte dadurch das hier zeigen zufällig das macht das ganze halt zufällig und jetzt habe ich schon wieder den zufallstauberer was für ein zufall der zufallstauberer ein glorreicher titel ich versuche noch irgendwie meinen top zu knacken garantieren kann ich nichts jetzt habe ich das hühnchen ist halt komplett random wenn ich den würfel eingestellt habe das ist auch das interessante wenn du dann 100 oder 200 und die löschen hast dann ist das halt so lustiger geschenke lieb ich doch und was ist und das ist alles zack denn du kiwi also kiwi der vogel und nicht die frucht lantt euch gerne diese app runter ich werde es dafür nicht besser als das ich euch vorstelle den kann man irgendwann freischalten das ist einer der freischaltfiguren gibt es halt im internet ganze seiten wo man das nachgucken kann der taucht halt irgendwann hier auf so einer insel rauf der sieht dann aus wie so eine insel das ist dann diese braune mütze sieht dann aus wie so ein kleeblatt da müsste er dann drauf springen und dann hat er den das ist halt das maskottchen von diesem spiel neben dem boom hipster wahl das war absicht gehabt euch wohl haut renne bis zum nächsten Appletztest BR 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 Bis zum nächsten Mal.